Der Motor Plug & Play Ocean Easy lässt sich einfach installieren und programmieren. Hier sehen Sie wie. Der Anschluss des Motors an das Stromnetz ist der Standardanschluss. Der Rollladen muss zwingend mit festen Anschlägen ausgerüstet sein, also mit starren Wellenverbindern und Anschlagstopfen an oder in der Endschiene. Vor der Betätigung des Nuthandkurbelsystems einen kompletten Auf-Ab-Zyklus durchführen. Der Plug & Play Ocean Easy ist einfach einzustellen. Er erkennt und stellt die Endlagen nach einem vollen Auf-Abwärts-Zyklus automatisch ein. Zur Umkehrung der Drehrichtung das braune und schwarze Kabel umhängen. Nach Betätigung der Nuthandkurbel wird der Motor die korrekten Positionen nach Erreichen einer Endlage automatisch wiedererkennen. Um den Motor auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, das Einstellkabel oder direkt den Bedientaster verwenden. Von der oberen Endlage ausgehend drückt man auf, auf, ab, auf, 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 ab oder mit einem Einstellkabel. Den braunen Draht des Motorkabels mit dem schwarzen Draht an dieselbe Taste anschließen, zum Beispiel an die Auf-Taste. Nun die Auf-Taste mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten. Den Motor jetzt wieder standardmäßig verdrahten.